Ich heiße euch herzlich willkommen, bin der Atlantis-Leaf und hier lege ich jetzt gleich für euch los. Ich gebe euch gleich ein, was mit der Leaklatte ins Gesicht. Das ist ein gigafetter nackter Mann vor uns, so hat kein Plan. Wo ist der Kurs? Ich sehe keinen Kurs. Blöder Hai. Steve, du Lappen. Lecker, lecker, lecker. Das ist jetzt ab sofort Steve. Hallo Steve. Just. Just. Nein. Die erste Stunde ist Verteidigung gegen die dunkle Künste, ist doch klar. Nee, nee, Justice Humblepuff, die haben das nicht. These numbers can't be red, we need more minerals than before. Was genau? Alter, du Penner! Ich finde, dass das nicht dafür da ist, oder? Echt jetzt, Katze? Der hat mir grad nen Ball gegen den Kopf geworfen! Äh, das Kleiner und so weiter, das war ich vorhin. Echt jetzt, Molle! Moment, du kennst doch noch den Crab Wrave, oder? Schokoladenseite, linke Seite. Einfach wie Claudia, ne? Einfach rufen! Ich weiß nicht, was du sagen sollst. Hype Train at you, but. Mua! Mit dem anderen Motorrad, aber ansonsten, das gleiche. Was? Hohes Neues und mein Emoticon funktioniert gar nicht. Ja, ha 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 ha! Frohes Neues! Frohes Neues! Frohes Neues! Flo weg da! Hohes Neues! 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 Das Protokoll!! Alle jetzt weg gucken! Das ist ganz wichtig! Jetzt passiert etwas ganz perverses! Ganz dolle Weggucken. Weggucken.